Der Zipfelwurm fragte den Eierknödel in einer merkwürdigen Betonung. Hey du Eierknödel! Oh, ich hab dich verwechselt. Ich meinte, hey du Zipfelknödel, brauchst du nicht auch mal wieder eine Pause? Pause, um dich zu orientieren. Worauf der Zipfelknödel antwortete, liebe Eierschlange, weißt du, ich weiß gar nicht was du meinst. Was soll das? Orientierung? Du, ich knödel doch einfach nur hier rum. Warum muss ich mich da orientieren? Ja, die Zipfelschlange überlegte sehr lange, ob sie darauf eine Antwort geben sollte. Doch wie das Schicksal es so wollte, war nichts vorherbestimmt und alles konnte sich ohne Ausnahme völlig unbewusst eingliedern. Auch die Zipfelschlange orientierte sich mal nach links, mal nach rechts, mal nach oben, mal nach unten, mal nach gerade hinten vorne aus. Und schon brauchte sie wieder eine Pause. Auf Wiedersehen gehört!